so ja schon guten Tag ich bin Sam B oder auch einfach und sie lieben und ich bin heute mal zu Gast als Ersatz für Mr. Kiwiki LP und mit mir zusammen sind natürlich Daniel LP Blackman LP Wallopfen LP Hallöchen wie geil da bin ich mal gespannt was die Bande von Chaoten hier mit mir treibt ja ja ich muss da nur umdrehen ich habe ein ganzes Wettbewerb in Polenbieter der Welt ich bin die Tat schon wieder los das ist ein Ende ich sehe ich wieder drauf denkt daran ich hab ein Granat mal er hat doch schlimmer ist doch schlimmer als johle Donner er hat aber da unten ins Wasser hin die Runde hoch das ist ja welchen mehr da liegen auf jeden Fall welche Kannst ne Granate drauf werfen oder so? Ja genau, wir werfen ne Granate in die Mitte, mal sehen was passiert Oder warte, ich lock die an! Ey, nun ist zu schwer Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Oh mein Gott! Das fing ja gut an, ey Warte, ich schmeiß noch einen Oh Gott! Woah, Scheiße! Wie kommen die denn alle weg? Woah! Das hat mich weggeratzt Oh, 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 oh Oh, 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 alle drei helfen Ich bin gestorben, aber erst mit ne Spritze gegeben Ja, eigentlich schon Nicht schlecht Geh weg, hier Wieso dreh ich mich? Ich hab ihn noch getroffen Geh zurück ins Wasser So Ist die Gefahr gestanden? Glaub ich schon Nee, der zieht wie nach einer auf, bleibt liegen So, jetzt hab ich auch keine Granaten mehr Oh, da sind mehrere, Vorsicht So, du tanzt Schockbombe Oder was ist das hier? Nee, oder was war das? Nee, da ist hier, äh, Machete So, mit Strom Schreit dazu Mit Strom Mit Strom Mit Strom Er fällt einfach nieder Geh nieder So ist er, der Senbi, er kennt er nix So, jetzt hab ich schon mal ne Axt drauf Eieieiei Ich glaub, im Wasser kriegen ja auf jeden Fall mehr Schaden als der Blatt Ja, wollte Strom Die Strom leitet, ja Oh! Scheiße, was interessiert? Sie hat mich mit einem Messler beworben und ich war direkt tot Der alte Saugnochen Und ich habe dich gerettet Jawohl, das geht schön Mit Töchens Mit Töchens Schreit 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 Ich werde mich eigentlich hier lang, aber wir können ja auch da lang laufen Lass mal da gucken, was da ist Noch ein bisschen Angst Hast du Angst? Hat der Baller oder hat Angst? Der kommt die Tür auf Äh, irgendwie Ich weiß jetzt nicht Gehen wir da jetzt rein? Wir gehen nur jetzt rein Oh, ich dreh mich Oh, ich dreh mich Ich hab mich gedreht Das erste Mal, dass ich mich nicht gedreht Stimmt, weil ich jetzt, äh, so weit weg stand Blockbuster Cool, gehen wir ins Kino? Das wäre doch mal geil. Ja, ab ins Kino, ey. Ich fange alle an zu treten hier. Ich nehme mir die Axt mal wieder weg, ey. Die ist ja nicht so... Boah, die sieht voll heftig aus. Ja, die hat doch einen Blitz. Auch komm, wir bleiben doch bei der Axt, komm. Das sieht aus wie ein Kino, oder? Irgendwie schon. Ich bin ja der Meister der stumpfen Waffen, ne? Sam B. Ja. Oh, ich bin auch einer der mit Schlagwaffen normalerweise. Deswegen habe ich mal geschwommen. Aber ich glaube, man kann das eh so spielen, wie man möchte, oder nicht? Nee, der hat, der Skillbaum ist eigentlich schon entsprechend so ein bisschen den Sachen, also, die sie so haben. Guck mal, bei mir ist zum Beispiel... Schreit mir so. Bei mir ist... Bei Kampf ist bei mir zum Beispiel schwerer Schlagmann, ganz oben, ne? Und da steht da, stumpfe Waffen sind nun effizienter und effektiver. Außerdem wird eine Spezialattacke freigeschaltet. Und dann stumpfe Waffen plus 5% und so weiter und so fort. Also ist schon so ein bisschen spezialisiert, so auf die Sachen. Du kannst zwar grundsätzlich auch andere Waffen wahrscheinlich benutzen. Oder, äh, hast du gehört? So drin schreit's ganz schön. Oh, ich mach die Tür wieder zu. Eieiei. Ja, aber mach mal dich. Da geh ich nicht rein. Da geh ich nicht rein. Kann man so praktisch so vorlegen, dass da keiner rauskommt. Oh mein Gott, das ist, wenn da mehrere... Ich hab übrigens Raserei. Ja. Mach ich mal. Wer macht Raserei? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho hier hast du den Arm verloren hier ist eine Kiste und hier ist ein Bauplan hier ist eine Waffe drin wer will noch eine Handwaffe wer hat auch keine Handwaffe hier gibt es ja Rechner PC ist die Schäufe hier ist ein Bauplan Gift wo den Acht der Haare sehr gut hier ist noch eine Kiste äh Stufe zwei Minuten äh sie doch wirklich die ich auch nicht so besonders mit Kornel von den Nick Kornel mit Kornel also was gibt es denn alles ist ja alles umsonst hier gehört wird wird schlagt zu ja alles alles zum holen preis alles muss raus was ist das denn Telefon super Telefon hat Batterien seit wann das das ist gut zu ihm so verzeichnen Ausdauer wenn ich mit der Waffe zu erlösen ist es nicht hier um den Nick West wir müssen ihm jemanden helfen aber auch los die Schreie die Schreie doch noch noch welche hier muss irgendwo eine Tür sein wo wir durchschnittlich sind die Falle oder das liegt hier auf dem Boden hier ist noch irgendwie so und mit dem ich auch was sagen hat es gehen die Tür geht auch nicht bei der Store da geht auch nicht den Schore so sind wir zu weit nach unten gegangen kann das über uns schreit das noch ein Stockwerke nach oben hin wenn die neue Runde Tür ich bin ja eigentlich doch gar nicht an der Stelle hier und hier ist dann die Baller für zusammen hier ist da nicht gar keine Ahnung was mich hier so erwartet Meldungen bei uns auf der Gewinne wieder raus aber ihr seid echt schon ziemlich weit noch mal runter Jürgen Prügel und sie gemütlich durch die Hoch gemütlich überall reingehen keine Älteste geht zu aber auch so wird dazu und wo man hier alle Prozent die Köstung wir haben sie irgendwie hilft Carlos und dann sind wir hier rein und Prozent ich habe mit ihnen wahrscheinlich ist es so nicht beendet worden die Köstern die angenommen haben die Hälfte an das ist ein Carlos zuerst finden daher müssen wir noch mal her irgendwann bekommen wir später einmal normaler aber das jetzt zumal das zumal die Hälfte wissen dass wir so durch reinlaufen deswegen sind hier zu tun aber es gibt so gar nicht und schon haben noch nicht dachte wir gehen das Kino ja das ist so wie es auch bedarf so block hat er schon Bock auf den Film noch muss sagen aber naja man kann ich alles haben und bei Jürgen umgekehrt ja ja da muss halt nichts 9 dies diese Zeit wird auch komische Sons ist wie immer der Letzte jetzt bin ich der so stimmt der Kiwi da saug Knochen Vicky wenn du das siehst tut uns leid dass du nicht dabei bist aber das ist ein paar hier ist er doch da ist der Carlos der sitzt da oben alles so hat man jetzt auch ein Kopftuch auch Kopftuchträger dort zieht die Axt aber anderen Kraft der Klinik und ja aber die Haut auch richtig rein noch ich gehe mal die Leiter hoch wenn man richtig trifft kommt man denn zu Carlos klar das kommt man über die andere Treppe die Sektivall Strengel und die gibt es sogar wieder gleich mit nach falsche Treppe um ein Gott dass er hier kann so trotz so wie es uns hält den abjagiert und hier ist immer Geld drauf das klingt dann alle sowieso glaube ich was hat denn hier so liegen hießen Ziegelstein wer braucht ein Ziegelstein der Kanz auf die Zoll nicht zu dürfen es ist ja doch bitte zieht er und da unten da unten ist ja sogar einer da wollen wir mal gucken scheiße die Platz ist der ist weg wo läuft er denn hin das bestehen der will die Leiter hochklettern denn hier ist keiner doch da da haben kann ich will auch nicht kommen jetzt einfach mal runter und bist du kommen mehr so und Trüppel so war schade Reaktor von mir 9 Achso du wolltest die Gero ich wollte ich Quatsch immer an ich Quatsch immer an ja ja macht das ja die Schuhe so und jetzt kommt ab die Städte ist für das eigentlich jeder ansteigen das Modell aber oben ist jetzt keiner mehr glaube ich also ich gehe so manche ach ich das so weit schon beendet hat mir hat uns irgendwas gegeben durch Geld 3.000 über 3.000 mehr hat auch richtig alt waren wir nicht schon mal ich kann das leider nicht greifen schade eigentlich nicht wahr so wo ist er denn da ist er er gibt mir gar nicht so wie das hast du schon das automatisch gekriegt das habe ich mir für persönlich an das haben alle und ich wollte ich meine Sachen kriegen wurde deinem Konto gut beinahe aber nur beinahe drauf ist er wieder runtergerutscht jetzt auf die Füße ja auch nur noch ein Zombie warte ich hole mal ein ja wohl mal schnell ich möchte doch mal so gut ich kann jetzt auch hier ist aber nicht nur einer das sind ein paar ja sie sind aber auch fast immer wieder hoch Abortet mit der Rote gekickt verdammt zu betrachten nein ich will dann ich will da nicht rumbleiben ich muss da nicht so umgekehrt so hier habe ich stein zu hierher beim ZDF mit der den Ostern aus der Welt Alter und der ist auch weg das wurde man die Kinder Kann ich die Köppe noch nicht zertreten von den Viechern, oder was? Nee, er ist so nicht freigeschaltet mit. Hinter uns. Kopfzertretungsskill noch nicht freigeschaltet. Musst noch aktiviert. Oh, das war aber daneben. Moment, steht hier noch ein... Oh, scheiße, da steht ja wirklich auf, ey. Blöde Sau. Kommt noch einer? Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich los. Qualle. Oh, ich hab die Platte gemacht. Alter, nein. Oh, hier ist die... Sam Wies Raserei. Oh, da bin ich mal gespannt. Ihr Sau. Oh, hier ist dein Segel. Tut weg von mir. So gut habe ich noch ein bisschen Minipacks bei mir. Und soll ich voll am Arsch. Der Fallabfüll ist schon ganz da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Siegelstein genommen. Oh, oh. Der Rast schon vor der Fallabfüll. Ja, ich bin hier gerade, wie ich wollte. Er hat gerade explodiert, kann das sein. Ja, hier ist so ein Level 55er. Ich habe gerade ein bisschen vor dem Ab. Der hat einen Arm verloren. Der kleine Nurenswoller auch gut schön. Ohne ist die Treppe und die Kiste. Ja, aber. Ich dachte, heute mache ich mal ein bisschen Kibiki heute. Knüppel. Da ist so ein Knüppel drin. Och, nee, war aber mit der Knüppel. Der Knüppel. Was ist der Knüppel aus dem Sack? Kann man jetzt eigentlich mal jemand sagen, welche Missionen wir überhaupt machen? Na, hier, wir haben jetzt Punkte auf der Karte, die wir folgen können. Ja, das ist die Hauptquest. Wollten sie keine Nebenquessen mehr machen? Achso, mal gucken. Ich gucke gerade mal. Wie bist du da gerade? Einfach rüber. Komm, man. Ich glaube, ich habe zu schwere Beine. Zu groß. Naja, hier, über das hier, über diese Latte sprinten und dann... Du bist halt noch etwas zarter, als wir da machen. Geschichtsschreise, Nachbarschaft, oder... Ich habe mich jemals wieder rüber. Nachbarschaft, Suche nach Kissen von Luftabwur. Ist das hier eine Nähe vielleicht? Keine Ahnung. Hat das nicht auf der Insel? Das kann gut sein. Wir müssen doch wieder mit dem Boot rüberfahren, oder? Los nicht. Aber ich finde ja lustig, dass man hier in eine Stadt kommt. Und das war auch da, wo wir versucht haben, dauernd auf diese, auf diese, auf diesen Schirm draufzukommen, oder was war das? Die, 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 die komische Rolle da. Ja, nee, es zeigt es. Äh, jetzt zeigt es nicht mehr. Ne, man mit sagt, es nicht dann. Also gerade da in die Richtung, zu dem Roten, doch da auch gerade 140 Meter. Ich guck das mal auf der Karte, wo wir da auch ganz hin müssen, ist es doch 100.000 Meter, was ist ganz so weit weg. Was ist das denn? Der Fährstation. Müssen wir mit der Fähre zurückfahren, ne? Ja. Da geht's jetzt mit der Fährstation. Was macht ihr da oben? Wir gucken gerade, was hier so los ist. Oh, ich wollte gerade den Strom, kann ich ja einschalten. Wahnsinn. Da war doch gar nicht so viel. Wo ist, wie sind die drei jetzt hingekommen? Da ist so eine Leiter. Wir können ja echt viele so eine, so eine Gasbuddeln in der Luft, äh, als die ist mit Türen. So, was ist das Leiter denn gefunden, oder? Also, die ist zwar direkt. Bin schon wieder direkt. Ach, da, auf der anderen Seite. So sieht es aus. Wo seid ihr denn hier seit noch unten, ne? Ja. Oh, ist nicht runtergefallen. Oh, das kann man nur einmal benutzen. Einer kann ihn nur benutzen, das ist der mies. Na, runtergefallen. Jetzt müsstest du eigentlich hinterherklettern können, oder? Ne, also, die legt den Maschinengewehr auf dem Boden. So, ich konnte dir locker unterm Rock gucken. Hat jemand die AK vergessen? Ich hab, äh, eine gewechselt, eine bessere, die ich jetzt hab. Ne, gestorben, fang mal mit. Weil ich sei, also, wir haben automatische Gewehr und gefährliche und verfahrernden. Das ist die Scheiße, wenn man vorliegt. Kann auch nicht mit mir. Oh, ich hab noch gar keine AK-Karte. Und nun. 5. Nur, nur, nur. Was sagt die Werkbank? Oh, yeah. Was ist die? Wie, 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 wie? Das ist ziemlich gut. Ich hab ne Minigern. Der echt, der Minigern? Äh, ja, so ein, die man beim Helikopter auch gefunden hat. Ach, er ist da. Ach so. Suche einen anderen Eingang zum Kino. Watt? Also, wir kommen doch noch ins Kino. Yeah. Kino, 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 kino. Ich will jetzt keine Munition verbrauchen, wer weiß. Hier geht ne Treppe runter. Ach, wolltest du die Gasbudeln in die Luft jagen? Ne, wer weiß, wofür wir die später noch brauchen. Eben. Hier, hier unten sind jetzt voll viele Tonköpfe. Wir müssen hier unten rein. Da kommt doch schon dramatische Musik jetzt. Jetzt geht's los. Auch mal so sahen. Oh, oh. Das Ende ist nah. Oh, scheiße. Da unten ist alles voller Blut. So. Snacks. Kuckuck. Denk nicht mal dran. Oh, das ist ja wie die Kinovorstellung für heute hier. Okay. Die haben noch gar nicht bezahlt. Boah, sieht das gar nicht aus. Oh, ja. So. Kino, kino. Was haben sie richtig geil gemacht? Was hätten sie denn gern? Die Kasse ist leer. Das sind Diamant. Wasser. Oh, ich sollte mich mal mit einmischen. Änd jetzt verspürt den mir dann weg. Alter, was war das? Alter. Übel. Sie stand doch gerade noch neben mir. Was ist hinter euch? Was war das? Hilfe. Oh mein Gott. Ich brauche Hilfe. Achso. Ja, genau. Deswegen weiß ich immer noch nicht, aber... Diesmal war es keine Granate. Nee. Nicht mal du warst. Nicht mal verlappelbar ist. Wir dürfen nicht die Tür aufmachen. So in der Zwischenzeit, die können wir euch in die Zone, ich hole mir mal schnell Energydrink. Also du siehst du, dass du auch ich immer trotz allemal, da ist ein Ramm-Typ. Wie heißt das noch mal? Warte mal, bevor wir die Tür aufmachen. Warten Ramm-Typ. Welch mal beim ersten Teil war so ein Typ, der war gefesselt. Und der hat einen Ramm-Typ. Ah stimmt, so in so einer Psycho-Jakke war der, ne? Der ist da draußen. Nein. Was war das denn? Oh meine Miene. Ich wollte die doch vor der Tür legen, bevor die reinkommen. Und da bist du. Und tschau, Carlo, hier sollen wir rein, hier können wir rein. Leider heute geschlossen. Ich mach da mal einfach mal auf. Das war ja mal mies, die Tür aufbrechen ist überhaupt nicht mein Ding. Servus. Ist da überhaupt was drin? Ja, Midi-Pack, der sieht schon wieder weggenommen worden. Oh, komm, hier weg. Da legt der Schrott, der Schrott, der Schrott, der Schrott, der Schrott, der Schrott, der Schrott kann, ja. Ups. Ich glaube, ich habe den Bildchen kaputt gemacht. Trudy Kassel, ziemlich viel Geld, solange es nicht dein eigener Bildchen ist, ist ja okay. Ja. Das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. Dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. Gehen wir noch eine noch an? So, jetzt kann ich aber die, äh... Oh, da ist schon wieder so lauter. Die Tür sollen wir aufmachen, dann machst du mal auf. Der ganz oben auf der Treppe. Das sieht aus, als hättest du nur einen Arm zum Drücken, oder was? Naja. Der Kino-Saal, Ju. Alle, ab auf die Oberfläche hier, kommt der. Geht weg von mir, ihr Biest. Ja, die Animation sieht schon manchmal sehr lustig aus. Oh, das erinnert mich echt an Duke Nukem, ein bisschen. Hell to the King, baby. Das schreit irgendwer. Der, dem hat der Film nicht gefallen. Deswegen sind die alle zombifiziert. Genau. Er weiß, was die gerade gekauft haben. Der Film kommt, der Kino-Saal, ne? Jetzt hör mal auf zu schreien hier. Das geht ja voll nicht. Guck mich nicht an. Ich war das nicht. Nein, nicht mich schlagern. Ach, wieder runter. Wer steht denn da? Oh, scheiße. Da steht ja einer. Wo? Wer ist Dorin? Da oben steht einer. Das ist eine Frau. Ich wollte ja schießen. Oh, wo? Wer? Kommen wir denn da hin? Ja, dann müssen wir irgendwie anders. dass wir in der Treppe nach oben gehen. So, erst mal ein Schnitt machen. Also, hab ich gar nicht gehört, dass ich hier nicht auch nicht. Na ja, na ja, da ist ja gut, dass ich es höre. Ja, das ist ein Fühlackfleisch. Lecker. So, dann hier auf die Bühne. Genau, wir gehen mal auf die Bühne. Eh, alles voller Blut. Und tanzen Röntgen hier. Dann sagen wir mal frei. Dann sagen wir mal, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.